hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge erst schon hier ja ich habe mich doch anders entschieden ich habe mich doch anders entschieden und mache jetzt doch noch ein bisschen weiter das hat vor allem den grund weil es eigentlich eigentlich ganz cool ist es ist eigentlich ganz cool das spiel aber es ist halt manchmal noch buggy ja es ist eine alpha ich weiß ich weiß ich weiß ich darf nicht immer so pingelig sein bei parkidekt zeige ich die ganze zeit ja auch wenn ich so ernst nehmen ist eine alpha und hin und her und hier die auf einmal die grenze ziehen nee das ist nicht ganz wichtig deswegen sollte ich das jetzt ja auch tun und ich werde es jetzt auch ein bisschen weiter für kummer hier ist energie es trifft sich ja wie wenn ich es angefordert hätte denn der buggy hat fast keine energie mehr so das heißt als nächstes brauche ich harz das ist nämlich der grund warum wir jetzt hier auf erkundung zugegangen sind ich brauche harz hat 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 jede menge harz denn ich muss die basis noch weiter bauen habe in der letzten folge durch das forschungsobjekt ein habitat bekommen was auch immer ein habitat ist ja ich kann mir jetzt gerade nichts darunter vorstellen außer ein habitat für tiere vielleicht ich weiß es nicht weiß es nicht so jetzt haben wir ein bisschen harz mit das reicht mir aber immer noch nicht wird dann noch ein bisschen mehr harz mehr harz merke gerade die energie lädt sich nur auf wenn ich vorne hinsetzt oder nur wenn an beiden seiten energie ist es ist überhaupt energie was da vorne dran ist ja da geht es zu der nächsten höhe wieder ich will aber nicht zu einer höhe ich habe kein bock jetzt drauf gemisch 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 die planeten sind auch riesengroß habe ich so das gefühl wäre mal interessant was passieren wird wenn wir einmal ringsum fahren natürlich wenn wir dann wieder auf der stelle sein wo wir gerandet sind selbstverständlich energie sehr schön so ok das langt erstmal dann fahren wir weiter wir suchen immer noch harz mehr harz ich brauche mehr harz was seid ihr für monolithen das war ich glaube ich schon war der harz der sauerstoff also für prozedural generierte planeten sind ja ich ziemlich cool aus muss ich sagen ist da das gemisch das gemisch wo bist du nur es hat gar sehr in meinen ohren kein harz wo ist harz da ist harz 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 super harz so ok kurz nachdem ist die reichweite relativ hoch von diesem keine ahnung was es ist einsammel plasma kanone ich habe keine ahnung wird das was so einmal und zweimal rucksack voll nein natürlich ist der rucksack nicht voll so ok aber jetzt gehen wir wieder zurück jetzt habe ich eigentlich genügend harz genügend harz das schöne ist man kriegt halt ständig energie irgendwo und auch sauerstoff und deswegen muss man jetzt nicht überall diese dinger platzieren oh hier sind nochmal coole forschungsobjekte das ist ziemlich cool das ist ziemlich cool ich kann gar nichts mitnehmen das ist und das ist voll nah vor allem mega nah mega nah mega nah das ganze so aussteigen bitte ok schön und jetzt harz mitnehmen harz mitnehmen sind bisschen ausbauen hier wieder und zwar hier und eine doppelte so einen drucker das ist eine gute idee wo ist mein kupfer scheiß auf den treibstoff kondensator ja ich muss lieber einen 3d drucker bauen so zack ist ein bisschen die hose gegangen jetzt hier hm muss ich vielleicht ein bisschen höher machen das ganze den ausgleichen wieder ja damit der jetzt nicht wieder unten gräbt so ok kein harz mehr so schnell ist das harz schon wieder weg äh mist 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 ich habe noch harz noch zwei harz dabei so was brauchen wir denn dahin drucker treibstoff kondensator forschung schmelzer fahrzeug bucht haben wir schon drucker ok da kann ich eigentlich nichts machen eigentlich habe ich schon alles ne forschung schmelzer fahrzeug bucht drucker treibstoff kondensator ok ok habe ich habe ich noch kupfer was denn hier eigentlich was würde ich denn hier eigentlich harz rum ähm so steht hier harz gewöhnlich ja auch buggy haben wir noch kupfer kupfer ich gehe halt einfach mal aus dem kupfer und kupfer sehr schön dann kann ich jetzt den treibstoff kondensator auch noch bauen was bedeutet wir haben äh zack erstmal alles gebaut was wir bauen können äh im übrigen weil es mir gerade einfällt die letzten folgen waren wohl etwas pixelig äh das brauche ich wahrscheinlich hydrazin äh das liegt vor allem daran weil ich äh seit neuestem wieder mit der grafikkarte rendere und äh da bin ich jetzt noch nicht so ganz äh glücklich wie ich das tue deswegen habe ich jetzt mal die bitrate noch ein bisschen höher gestellt das heißt es dürfte jetzt auch bei schnelleren bewegungen nicht zwangsläufig na nicht zwangsläufig anfangen zu ruckeln oder irgendwas dergleichen so ok keine energie ja das habe ich schon verstanden kann ich das jetzt hier geht das jetzt hier funktioniert das hallo treibstoff kondensator was braucht der energie ähm funktioniert das hallo tja offensichtlich nicht so wie ich mir das vorstelle muss ich das vielleicht kann ich das vielleicht hm treibstoff treibstoff hydrazin treibstoff gar nicht vielleicht mach ich denn generator man wenn das vielleicht einfach mal filter was für ein filter leuchtfeuer windfahne solarmodul batterie verbindungen tank filter na gut da kann ich jetzt hier auch nichts machen mit hm wir nehmen mit energie wie immer und bewegen uns erstmal hier rüber denn hier waren ja ein paar forschungsobjekte die werden wir jetzt vielleicht auch zuerst mal mitnehmen muss ich vor allem gar nicht da oben drauf die kann ich einfach herunterziehen haha perfekt 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 in der hoffnung es wird bald wieder hell ja denn wenn es war den so dunkel bleibt dann ja bekomme ich keine energie und zum forschen brauche ich energie komm her kann ich gleich weg gehen das funktioniert das so auch ich lauf mal davor kran wie kran wie kran was für ein kran meine güte total krass oder gut aber hier ist es nicht hier solarmodul gemisch gemisch solarmodul lager mhm lager ist glaube ich ganz gut wenn ich mit dem truck unterwegs bin eine windturbine brauche ich zweimal aluminium lithium generator ein habitat habitat brauche ich wohl damit ich damit ich wieder ins almi schießen kann ein einsitzer auch zweimal gemisch 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 guck mal der truck der hat auch wesentlich mehr energie komm wir machen das jetzt ganz trivial ganz trivial trivial machen wir das ganze jetzt so und ab die post mit unserem truck boah boah das ist ja krass oder habe ich ja boah habe ich ja riesig viel platz in dem truck also die physik funktioniert noch nicht so perfekt muss man sagen gerade bei den bei den fahrzeugen ist es noch ein ja ein bisschen arg lästig das ganze so die energie noch mitnehmen dann haben wir hier noch kann nichts mehr sein kein harz mehr sein ja ich brauche gemisch ja ich brauche gemisch 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 aber gemisch hat mehr überall wirklich fast überall ist auch fast überall energie vorne ne ist noch mehr harz ne hydrazin ok das energieknoten da geht es runter in die höhle ah es wird wieder hell sehr schön tja wo wir wieder hinfahren ne diese physik diese physik äh so tja tja ich fahr ich fahr schon wieder ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ist das so klug da jetzt rein zu fahren ist das so klug finde ich da hier wieder raus bisher schon ah ok da kann man die energie auch irgendwo hinknallen sehr schön tüdel tüdel tü ich möchte aber jetzt hier eigentlich nicht noch weiter erkunden nein 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 ich muss ich muss zurück weil ihr seht wo das schon wieder hinführt ja das führt hier wieder in die unendlichen tiefen oh oder auch nicht ja gehen wir da lang ich habe mir jetzt so angst ja das ist alles organisches material das ist nicht wirklich interessant ich suche immer noch gemisch boah finde ich nur gemisch ja und jetzt finde ich gar nichts mehr ach komm fahrzeug wirklich wo sind wir hier wieder ach komm hm gibt's doch gar nicht ja jetzt sind wir hier wieder äh was ist denn da vorne was bist du denn du siehst nach etwas aus was ich forschen könnte vielleicht aber auch nicht ach aber da brauche ich einen kran ich sag's euch ich brauche da einen kran dafür wie komme ich da ran ach man kann das rausziehen sehr gut sehr gut wunderbar nächstes forschungsobjekt check jetzt seht ihr die höhle man ich will jetzt hier gemisch finden was ist los gemisch 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 super gemisch und tü tout tü jun tü tü bü tü 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 team tü 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 Unbalanced as shit So, und dann muss ich hier noch nicht mal raufgeben Das ist halt auch cool Okay, kann ich noch eins mitnehmen? Da hinten ist nämlich noch eins Oh, das kann ich auch bis hierher ziehen Hier nehme ich so ein bisschen an Black and White, oder? Dieses, äh, kennt ihr das noch? Dieses, äh, mit diesen Göttern Götterspiel Guck mal, ich hab's gebackt Nee Kann ich das nicht irgendwo noch hinknallen? Na gut, dann halt nicht Es ist ja eh wieder Tag, das heißt, wir können jetzt wieder weiter forschen Ich hab's immer noch kein Gemisch gefunden, aber Wir erforschen jetzt einfach mal alles, was wir erforschen können Beziehungsweise, was wir im Forschungsmaterial bekommen haben So Also jetzt brauche ich hier der Harz, 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 Harz Jede Menge Harz So, das kann ich hier mal lagern Kohle habe ich da bekommen Ah, es gibt Kohle Denn aus Koks wurde Kohle Also Fakt ist auch, ich brauche jede Menge Solarmodule noch Weil das, das bringt sonst gar nichts, ja Lithium Der Batterie bauern, toll Tja, toll Und schon ist Energie wieder alle Wunderbar Und das verstehe ich sowieso nicht, wie das funktioniert Ach, guck mal Das, doch, doch, doch So funktioniert das Einen Moment Jetzt hat er sie endlich Energie vollgeladen So, Moment Das ist eigentlich doch bestimmt vollladen Der Treibstoffkondensator Der pumpt jetzt das Hydrozin da rein, wie es aussieht Genau Und was bedeutet das jetzt? Hydrozin Was ist das? Hydrozin? Was ist er denn? Ich habe doch gerade Ich habe das nicht gerade aufgenommen Hallo? Hydrozin Treibstoffkanister Hä? Hä, Buggy? Ich habe doch gerade Ich habe doch gerade was aufgenommen Ach, komm Was ist er? Okay, also da kann ich auch nichts mehr weiterbauen Ich mache das jetzt zwar hier mit dem Harz noch ein bisschen breiter Okay, auch nicht wegbewegen jetzt gerade Ähm Zack Harz Und auf diese Seite auch nochmal ein Harzi, Harzi So, okay, wunderbar Ja, nächste Folge werde ich mich wohl wirklich um den Drucker kümmern müssen Ich brauche Gemisch für das Solarmodul Ich brauche Gemisch fürs Lager Äh, ich brauche Windturbinen eigentlich Batterien brauche ich eigentlich nicht Ich brauche Kupfer Ich brauche Also erstmal brauche ich Gemisch Jede Menge Gemisch Wenn ich jede Menge Gemisch habe Dann kann ich auch wunderbar erstmal ein Solarmodul bauen Und dann muss ich das hier irgendwo draufklatschen Weil das ist Das bringt sonst ja nichts mit diesen kleinen Solarmodulen Äh, ich denke dann kann ich die hier überall drauf platzieren Ist auch noch ein bisschen Buggy hier, oder? Naja Okay, vielen Dank fürs Zuschauen Äh, jetzt wird es hier eher gefährlich Weil jetzt hier Ehensteen schon kommt Äh, Sandstrom kommt Und, äh In diesem Sinne Sehen wir uns in der nächsten Folge Macht es gut Haut rein Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.